Wir haben heiße Neuigkeiten vom Transfermarkt. Marcel Hartl, der offensive Mittelfeldspieler vom FC St. Pauli, hat letzten Donnerstag offiziell seinen Abschied bekannt gegeben. Der talentierte Spieler, ein Schlüsselakteur bei St. Pauli, ist bereit für den nächsten Karriereschritt. Gerüchte bringen ihn stark mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung. Bei seinem Abschied erhielt Hartl viel Lob von allen Seiten, insbesondere von Trainer Fabian Hürzeler, der die Bedeutung des Spielers für das Team betonte. Die Kilometer, die er auf dem Feld zurückgelegt hat, waren beeindruckend und wichtig für unser Spiel. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer vertrauensvoll, und er hatte eine hervorragende letzte Saison. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. In einer emotionalen Abschiedsrede sagte Hartl, ich möchte mich beim gesamten Team, den Trainern und Betreuern für die tolle Zeit bedanken. Es war eine unglaublich intensive und lehrreiche Zeit bei St. Pauli, die ich nie vergessen werde. In den letzten Monaten wurde sein Name mit mehreren Bundesliga-Vereinen in Verbindung gebracht, darunter Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum. Seine Fähigkeit, sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch als Flügelspieler zu agieren, macht ihn zu einem attraktiven Ziel für Teams, die ihren Kader für die nächste Saison verstärken wollen. Laut St. Sankt-Pauli-Sportdirektor Andreas Bornemann geht es Hartl nicht ums Geld, sondern um neue Chancen und Herausforderungen. Bornemann erklärte weiter, ich verstehe seine Entscheidung, und sie ist völlig legitim. Wir werden nicht zulassen, dass er als geldgierig dargestellt wird. Cello hat das nicht verdient. Diese Worte unterstreichen den Respekt und die Anerkennung, die Hartl sich bei St. Sankt-Pauli verdient hat. Ein möglicher Wechsel von Marcel Hartl zu Borussia Mönchengladbach wäre eine tolle Verstärkung für das Team. Mit seiner Fähigkeit, Spielzüge zu gestalten und Tore zu schießen, könnte er das fehlende Teil im Puzzle von Trainer Gerardo Seohane für die nächste Saison sein. Hartl hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er in entscheidenden Momenten glänzen kann und seine Mannschaft auf ein höheres Niveau heben kann. Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Fans von Borussia M. Was haltet ihr von einer möglichen Verpflichtung von Marcel Hartl? Glaubt ihr, dass er in der nächsten Saison einen Unterschied in unserem Team machen kann? Wie seht ihr die Chancen der Borussia in der nächsten Bundesliga-Saison mit diesen möglichen Verstärkungen? Teilt uns eure Meinung mit und diskutiert mit uns über die Zukunft unserer Mannschaft.